Ach aje, mein Personal ist, was ist ja, abgelaufen. Da muss ich wohl was machen, ne? Muss ich mal einen Termin machen beim Bürgeramt, glaube ich, oder? Herzlich willkommen bei der 115. Sie haben das Servicecenter in Berlin erreicht. Aktuell kann es aufgrund der hohen Zahl von Anrufen zu längeren Wartezeiten kommen. Klappt nicht. Ist immer besetzt. Geht keiner ran, oder was? Okay, dann mache ich es online, ne? Das wird ja wohl klappen. Also, los geht's. Wie jetzt? Es gibt keine Termine in ganz Berlin für ein ganzes Vierteljahr. Nichts, nichts, nichts. Also, in der Koalitionsvereinbarung ist ein Stand drin, dass die Bürgerämter besser ausgestattet werden. Haben sie aber nicht. Wir haben jetzt 2021. Und die Moral von der Geschichte, was da so drin steht in der Vereinbarung, kannst du glauben, aber auch nicht. Wir sehen unsächst. Untertitelung des ZDF, 2020